Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Tanja Matthöfer und ich bin Mentorin für Channeling, geistiges Heilen und bewusste Realitätskreation. Ich möchte dir hier sehr gerne meinen neuen Online-Kurs vorstellen, im Herzen sein. Nein, lebe, liebe, empfange. Hey, wie großartig wäre es, dein Leben auf einer Basis von Liebe und Freude zu gestalten und nicht mehr länger auf einer Ebene von Leid und Schmerz. Denn unsere innere Haltung, unsere Gefühle vor allen Dingen gestalten tatsächlich unsere Realität. Wie möchtest du dich fühlen? Was wählst du? Wie darf sich dein Tag heute liebevoll für dich gestalten? Möchtest du in Angst sein, in Stress, in Druck? Kannst du dir vielleicht vorstellen, wenn das Realität kreiert, was du damit in dein Leben einlädst? Wie viel schöner wäre es, das Herz ganz, ganz weit zu öffnen und Liebe und Freude auszustrahlen und zu erlauben, dass genau das deine Realität neu und liebevoll für dich gestaltet. Willkommen in deinem Herzen. Dort beginnen die Wunder. Dort beginnt die Magie, die wahre Magie deines Lebens. Und genau dort findest du dein tiefes Ja zum Leben. Ich freue mich sehr, dass sich dieser Kurs kreiert hat im Zusammenwirken mit der geistigen Welt. Du kannst von meinen 20 Jahren Channeling und Heilerfahrung profitieren. Die aufgestiegenen Meisterinnen Mutter Maria und Maria Magdalena geben wunderschöne Herzenseinweihungen, um dein Herz in der Sicherheit zu halten, damit du dich in einem heiligen Raum weiter öffnen kannst. Eine Marienlichtaktivierung ist enthalten, die deine Schwingung erhöht und dich in der Sicherheit hält, dich mit Gnade verbindet und dein Herz heilt. Wir werden gemeinsam eintauchen in ein Feld eines vollkommen geheilten Herzens als eine optimale Vorlage für dich. Wir werden tief in dein Unterbewusstsein eintauchen, alte Verletzungen mit High Speed und in Leichtigkeit einfach wandeln, auflösen, sogar Traumata, die dich möglicherweise noch belasten. Wir werden viele praktische Übungen machen, die du im Alltag einfach integrieren kannst und dein Leben auf die Herzensebene umstellen kannst. Ich lade dich in diesem Kurs ein, deine wahren Bedürfnisse mal wahrzunehmen und auch zu lernen, wie du sie erfüllen kannst. Wie schön kann es sein, dich aus deiner eigenen Quelle zu nähren und zu merken, zu spüren und zu erleben, dass du dein Leben erschaffst und jetzt auf einer anderen Basis aus Liebe und Freude heraus. Wir werden den Weg gemeinsam gehen, dein tiefes Ja zum Leben wieder zu erwecken, die Schönheit der Erde empfangen zu können, die Qualitäten und Geschenke der Menschen wirklich annehmen zu können, die dir täglich begegnen, die sich unmittelbar in deinem Umfeld aufhalten. Ich weiß sehr genau, mit einem verschlossenen, verletzten Herzen ist es schwierig bis unmöglich. Du kannst gar nicht so erfüllend und so nah mit anderen Menschen beisammen sein, wie es eigentlich möglich wäre. Wie viel mehr Freude und Nähe und Liebe kannst du in deinem Leben haben? Wir öffnen dein Empfangen, so eine Wohltat. Es sind Healing Loops integriert, mit denen du fortlaufend Heil- und Transformationsimpulse für dich laufen und fließen lassen kannst, die immer mehr Verletzungen in die Lösung bringen werden. Ich freue mich, gemeinsam mit dir zu reisen, in dem wundervollen Online-Kurs Im Herzen Sein. Ich freue mich auf dich. 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 Untertitelung des ZDF, 2020